Anwendungen mit geheimem Internetzugriff aufspüren Es gibt immer wieder Anwendungen, die heimlich eine Internetverbindung herstellen. Um zu erfahren, welche Programme auf Ihrem System gerade eine Internetverbindung hergestellt haben, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf Start und geben Sie in das Suchfeld CMD ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Hier geben Sie nun folgenden Befehl ein. Netstat-Leerstelle-O und drücken erneut die Eingabetaste. Alle Prozesse mit einer aktiven Verbindung zum Internet werden aufgelistet. Um jede dieser Verbindungen in einem Prozess zuordnen zu können, rufen Sie über STRG plus ALT plus ENT FERNEN und einem anschließenden Klick auf Task Manager starten den Task Manager auf. Öffnen Sie das Register Prozesse und suchen Sie nach der Spalte PID. Sollte sie nicht zu finden sein, wählen Sie Ansicht-Spalten auswählen und setzen per Mausklick ein Häkchen vor die Option PID-Prozess-ID. Die entsprechende Spalte mit der Prozess-ID wird eingeblendet und Sie können nun anhand dieser ID feststellen, welche Prozesse eine Internetverbindung hergestellt haben. Zur besseren Übersicht können Sie die Prozesse auch nach der PID sortieren. Klicken Sie dazu einfach auf den Spaltenkopf. Schwer-Dit